Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Radio Not. Im folgenden seht ihr den kleinen Zusammenschnitt von mehreren Runden, die ich mit dem Russen gespielt habe. Ich war jetzt mit ihm zusammen auf Discord unterwegs und habe ein paar Maps im Zweiteam durchgespielt. Ein paar weniger gut, ein paar erfolgreicher. Und da ich mit Discord jetzt nicht so allzu familiär bin und es auch nicht so oft benutze, habe ich da leider keine New-Taste eingerichtet und deshalb bin ich an manchen Stellen sehr ruhig und kommentiere nicht allzu viel, damit ich ihn nicht vollquatsche. Aber ich würde sagen, es gab ein paar lustige Szenen und von daher viel Spass beim Video und let's go! Schick, behind the door. Wait, flashbang. Sorry. Das war's. Door opened. Beware. Behind, behind. I think I� Tier. Ich glaub ich binmulus. Aber keinelahmgeben. Aber ich weiß wieder mehr Farben. Das war's. Entry team, tag them and keep moving. Talk to entry team. Roger that, continue with your mission. There's someone. Clear. Talk to entry team. Roger, trailers inbound. Talk to entry team. Come to entry team. Notifying trailers. Talk to high ground. Talk copies all. Proceed with your mission. Talk reporting. Roger that entry team. You ready? Open. Open up. You ready? Yeah, on the left. On the left. Behind the door. Flashbang. I think I killed you. I think I killed you. Almost team team team. Oh shit, I hate you. Suspect DOA. Talk to entry team. Civilian is dead. Notify your team. We've got a dead suspect here. Talk to entry team. Copy that entry team. And keep moving. Left, right. Which door? No matter. It's cool. Ich bin klar. 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 Ich habe jemanden von der Seite. Vielleicht in der Seite der Fall. Wir sind schon hier? Ja Und wo warst du? Mit der Gin? Okay, ich komme Mit meiner Meister Where is this from? Yes, 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 go, go, go What the hell? Shit We got an officer No! Fuck From behind and yeah Talk reporting Affirmative, Entry Team What did you do? Yeah, caution We got to the police Handles I feel like we can't run any of the police We didn't do that It's so hard We need to kill him We did it Untertitelung des ZDF, 2020